Hallo, Patrick Bastian mein Name, Künstlername Lax. Ich bin seit fünf Jahren ungefähr freischaffender Künstler und gestalte hier im Auftrag der Bunten, dem Graffiti-Verein in Augsburg, für die Stadtwerke das Wasserwerkshäuschen und Stromhäuschen in Siebenbrunn. Freak Tricks 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, fertig. Ab zur nächsten Wand. Untertitelung des ZDF, 2020